Hallo liebe multidimensionale Seele, es ist mir eine riesengroße Freude, endlich nach sehr sehr viel Vorbereitung und intensiver Energiearbeit, endlich die Türen unserer Community zu eröffnen. Es wird am 1. September soweit sein und bitte erlaube mir, ein kurzes Vorstellungsvideo über die Community zu zeigen, wo du die wichtigsten Elemente der Community auf einen Blick sehen kannst, sodass du ein bisschen besser dir vorstellen kannst, was genau die Community dir bringen kann, was genau du in der Community erfahren kannst und was genau dir die Community helfen wird, in dein Leben hineinzubringen. Es geht wirklich um eine hochschwingende, multidimensionale, kosmische Spirale des Aufstiegs. Es ist ein Raum, ein hochschwingender Raum voller multidimensionaler Seelen, wo wir zusammen synergistisch unseren Aufstieg katalysieren. Deswegen ist der Name unserer Community auch Embodied Ascension Catalyst Community. Der Schwerpunkt ist verkörperter Aufstieg und wir alle als Teil dieser Community sind ein wunderschöner Teil einzigartiger Lichtstrahl in der Mandala, in dieser kosmischen multidimensionalen Mandala unserer Community, wodurch wir mit anderen durch einen synergistischen Effekt den Aufstieg nicht nur für sich selbst, auch für all die anderen Mitglieder der Community, aber auch dann für die ganze Erde katalysieren werden. Also herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich in ein paar Worten die wichtigsten Elemente der Community beschreiben werde, sodass du einen kurzen Einblick in die Community haben kannst. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Video und ich hoffe, dich in der Community willkommen heißen zu können. Community basiert auf zwei Säulen. Die erste Säule ist gemeinsam den Aufstieg zu meistern und die zweite Säule ist der Körper des Sternenbewusstseins. Das sind die zwei wichtigsten Säulen, die wir in der Community bearbeiten werden. Und zwar geht es in der Community um eine multidimensionale Zeitschirale. Es geht darum, dass wir mit jedem Monat, mit jeder Aktivität immer tiefer und tiefer in Energieprozesse hineintafeln werden, aber dann auch immer früher und früher und immer weiter und weiter unseren multidimensionalen Ausdruck verkörpern können. Dann die Prozesse, die wir in der Community bearbeiten werden, sind auf fünf Jahreszeiten ausgeteilt und diese Jahreszeiten repräsentieren die fünf grundlegenden Elemente der Schöpfung. Damit meine ich die fünf Elemente der Schöpfung, und zwar Feuer, Luft, Erde, Eter und Wasser. Diese fünf Elemente spiegeln sich in unserem menschlichen Seinwesen und sie repräsentieren auch die fünf wichtigsten Portale zu unserer multidimensionalität. Und deswegen sind alle monatlichen Themen mit Einklang mit diesen fünf Elemente und dazu nach zu der multidimensionalen kosmischen Spirale der Verbindungen zu den wichtigsten fixen Sternen, die auf die Erde Einfluss haben. So werden unsere Prozesse von der Aufstiegsenergie in der Erde, des Sonnenzyklus, wie auch des multidimensionalen kosmischen Zyklus unterstützt. Also es geht wirklich um ein multidimensionales Konzept, multidimensionalen Raum, wo wir all die Prozesse erleben und all die Prozesse verkörpern. Die monatlichen Themen werden dann auf wöchentliche Säulen ausarbeitet, und zwar diese Säulen. Es gibt vier Säulen, und diese Säulen sind Sternenkost und kosmische Energien, dann die Prinzipien und Prozesse des Aufstiegs. Alles basiert auf Seelenbildern und des Prinzips der Manifestation. Hier geht es um quantenbasierte energetische multidimensionalen Tools. Das sind nur die wichtigsten zwei, die ich hier erwähnt habe. Es geht um multidimensionale energetische und kosmische Content-Tools. Und die vierte Säule ist Integration und Verkörperung. Deswegen unsere Community hat den Schwerpunkt der Körper, der Aufstieg. Und da kommen wir schon zum ersten Thema, und zwar in September ist das Thema Aufstieg mit Aktivierung des Herzsternen-Codes. Und hier findest du auf einen Blick das Wichtigste, was dich in diesem Monat erwarten wird. Hier werden immer die wichtigsten Elemente dieses Monats am Anfang des Monats veröffentlicht, und dann werden wir durch diese Elemente, durch den Monat hindurch arbeiten. Und wie sieht die Arbeit in der Community aus? Es geht darum, dass wir diese Themen in verschiedenen Formen erarbeiten. Eine dieser Formen ist durch verschiedene Meetings, also dadurch, dass wir uns live versuchen werden. Und alle diese live Suchen treffen, kannst du unter Meetings finden. Hier hast du alle Meetings auf einen Blick. Und du bist natürlich eingeladen, live bei allen Meetings dabei zu sein. Wenn du aber live nicht dabei sein kannst, keine Sorge, und alle diese Meetings werden aufgenommen. Und du wirst diese Aufnahmen in verschiedenen Räumen in der Community finden können. Entweder unter Neues, unter Standard-Codes, unter nützlichen Quellen. Auch dann, du wirst sehen, wir haben noch einen speziellen Raum erstellt, der sich Archiv nennt. Und dieses Archiv ist ein separater Raum, zu dem du dir noch Zugang verschaffen solltest. Und zwar bist du wieder eingeladen, dich mit E-Mail, Name und Adresse hinein in diesen Raum einzuschreiben, weil es ist ein separater Raum, wo du alles auf einen Blick schicken kannst. Also alle Aufnahmen, Ressourcen, alle Blogs, auch verschiedene Interviews, die nirgendwo veröffentlicht werden kannst. Auch hier jetzt sind alle Live-Meetings, alle Live-Webinare sind durch hier unter dieser Kategorie. Und du bist natürlich eingeladen, live dabei zu sein. Und was wir durch einen Monat machen werden, ist immer erst, ein monatlicher Sternen-Code-Meeting, wo wir über die stärksten kosmischen Einflüsse und Sternen-Codes dieses Monats treffen werden. Dann haben wir ein Meeting, wo wir über den verkörperten Aufstieg treffen werden. Es geht speziell um verschiedene Werkzeuge, Tools, Meditationen, Energiearbeit, die du in diesem Monat mal machen kannst, um den Aufstieg in deinen Körper hineinzubringen. Dann haben wir die Community-Life-Meditation. Hier kommen verschiedene Meditationen, Energiewerkzeuge, Erfahrungs-Erfahrungsaustausch kann hier hineinkommen. Und dann haben wir noch ein Q&A, wo wir all deine Fragen beantworten werden und wo wir unsere Erfahrungen mit anderen Community-Mitgliedern austauschen können. Es wird drei bis vier Live-Events pro Monat geben. Manche Monate wird es nur drei Live-Events geben, aber dann in diesem Monat werde ich noch eine aufgezeichnete Meditation hineinposten, aber es gibt drei bis vier Live-Events in jedem Monat. Dann, wie werden wir noch die Energie des Monats bearbeiten, um unseren Aufstieg zu verkörpern durch verschiedene Aktivitäten? Und diese Aktivitäten findest du in Aktivitäten. Hier hast du schon gesehen, die erste Aktivität ist die Willkommenssequenz, wo du all die Sachen, all die Schritte wieder aufgelistet hast, die du machen solltest, um das Beste aus der Community zu erhalten. Dann hast du das Thema des Monats hier noch einmal auf einem Blitz. Dann hast du eine Aktivität, die sich jeden Tag durch den Monat durchzieht. Und zwar bist du dann reingeladen, verschiedene Sachen jeden Tag zu machen. Du kannst dich zum Beispiel entscheiden, dass du jeden Tag eine spezielle Meditation für dich machen wirst, um das Ziel des Monats zu erreichen. Oder du kannst dich entscheiden, dass du jede spezielle Woche etwas anderes machen wirst, um das Ziel des Monats zu erreichen. Also das sind dann die Aktivitäten. Hier im Feed wirst du alle neue Informationen finden, alles, was aufs Neue passiert in der Community. Dann haben wir hier in dieser Kategorie unter Deutsche Community, da kannst du aufklicken und es wird sich alles öffnen. Da haben wir verschiedene Bereiche. Diese Bereiche nennen wir Circles und in diesen Circles geht es um verschiedene Themen oder Kategorien der Themen. Zum Beispiel hier unter Neues werde ich alles, was neu ist, hineinschreiben. Und dann kannst du hier Kommentieren, auch deine Wahrnehmungen hineinschreiben. Hier unter Stellar Codes und Energien werde ich immer über die monatlichen, wichtigsten kosmischen Energien schreiben. Dann stelle ich vor, hier stellen wir uns alle vor, unsere Ziele setzen. Das bedarf es auch eingeladen, sehr aktiv hier hineinzuschreiben, auch um deine Ziele zu bekräftigen. Hier kannst du deine Fragen hineinschreiben, sodass wir all die Fragen in den Live-Zoom beantworten können. Viele Fragen werden auch hier in dieser Kategorie beantwortet. Dann natürlich auch nützliche Quellen. Dieser nützliche Quellen darf ich hier ausschreiben und du kannst dich auch unter Archiv wiederfinden. Die Community ist wirklich da für dich. Für dich, für deinen Wachstum. Ich als Gründer Wien und die Moderatorin bin hier, um einen Raum zu schaffen und auch Prozesse in die Community hineinzubringen, wodurch wir den Aufstieg und die kosmischen Energien am besten navigieren und am besten verkörpern können. Ich hoffe, du wirst dich wirklich sehr, sehr gut in der Community fühlen und all das Beste aus der Community heraufziehen können, sodass du deine kosmischen Energien, Stellar Codes und den Aufstieg am besten verkörpern kannst.